Oh Mann, tut mir echt leid, ist alles okay? Es war meine Schuld. Meine Schuld. Deine Brille ist... Oh, du hast sehr schöne Augen. Danke, sie sind nur braun. Hey, macht mal Platz, ich hab Hockeyschläge, alles klar. Was willst du denn? Ich muss... Darf ich mal? Hey, was war denn? Ich bin nicht sicher, aber ich glaub, ich hab mich grad verliebt. Was? In dem mit den Hockeyschlägern? Oh nein. Da steht der, da vorn, der mit dem Einhornrucksack. Oh wow, ja, Ken, der ist wirklich süß. Oh, warte, winkt er mir zu? Ja. Nicht nur winken, los, spring aus der U-Bahn und red mit ihm. Was? Nein, ich muss doch gleich arbeiten. Vergiss die Arbeit, arbeitet Sarah. Los, komm rein. Was will ich denn sagen? Keine Ahnung, sprich lieber ein, hör da los. Ist ja gut. Okay, 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 hör rein. Bitte zurückdrehen, die Türen schließen. Nein, nein. Lassen Sie mich durch. Weg da. Hey, Jenny, pass auf, die. Jenny, guau. Oh Mann, nein. Hi, dein Rucksack find ich mega. Die Jungs, lassen Sie mal jemanden von euch wieder reinziehen? Ich bin übrigens Cassie. Freut mich sehr. Oh, hey, hi Leute. Ich such einen Typen, der ist ein bisschen älter als... Hey, verzieh dich, wir haben zu tun. Wow, wow, nicht so feindselig. Hey, hey, chill mal, Mann. Reg dich ab, das ist ein Kind. Tut mir leid, ähm, ich bin nur wütend, weil Wenner einfach abhaut. Wenner! Mir tut's echt leid wegen eurer Probleme, aber ich muss unbedingt diesen Typen finden. Etwa 16 Jahre alt, gut aussehend und... Hey, kannst du singen? Hä? Kannst du singen? Oh, naja, ich mein, natürlich nicht wie ein Profi, aber ich hab eine super Stimme. Möchtest du in die Band? Oh, oh, nein, 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 ich kann nicht. Oh bitte, nur für heute. Wir, wir wollen hier nur rausgehen mit ein bisschen Kohle für Käse und ein paar Nudeln. Hört zu, ich würde euch wirklich gern bei eurem Käse-Nudel-Problem helfen, aber ich bin nur hier, weil ich einen Typen für meine Freude finde. Okay, also wenn du hier einen Typen finden willst, vertreib dir ein bisschen die Zeit und sing mit euch. Ja, ein bisschen. Hey, hey, ihr seid echt super. Hat mir gut gefallen. Ein Hunderter im Ernst? Wer gehört uns? Nudeln mit Käse. Danke. Kein Ding. Möchtet ihr in die Tonight Show? Sie meinen Jimmy Fallon? Ja, ich bin Produzent und wir machen was, das heißt Subway Songs. Wow, soll das heißen, Sie fragen uns, ob wir in die Show wollen? Ja. Wann? Heute Abend. Es ist die Tonight Show. Ja, richtig. Hast du das gehört? Wir sind bei Jimmy Fallon. Oh mein Gott. Oh Mann, das ist Einhorn. Er ist es wirklich. Wen meinst du? Jimmy Fallon ist hier. Ich glaub's nicht. Nein, nein, kennen Sie das Pinguin? Ähm, hey, hey, können wir noch warten? Warten? Auf sowas wie Pause drücken oder eine Werbung senden? Was? Nein, 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 das ist live. Nein, ich muss ganz schnell los und eine Telefonnummer abgreifen, okay? Dann gleich wieder da. Nein, 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 nein. Du musst nicht mehr. Ja, okay, ihr seid in 10 Sekunden auf Sendung, falls Jimmys Lachflash aufhört. Was, wenn das nie passiert? Bitte zurückbleiben, Türen schließen. Und 5, 4... Tut mir leid, Jimmy. Vorsicht, die Tür an! Ah, mein Fuß, mein Fuß, bitte helfen mir. Oh mein Gott. Jetzt raus, los, geht. Jess, liegt los. Oh Mann, ich mach das jetzt hier. Oh, mein Fuß, mach die Tür auf. Hi, ich komme von Kenzie. Bist du Single? Hey Babe, Kenzie, putz dir die Zähne. Ich habe deinen Pinguin. Mein Pinguin war... Du hast ihn gefunden? Ja, er steht neben mir. Er heißt Jeremy. Oh, Jeremy? Ja, sag Hallo, Jeremy. Aber, hallo. Hast du ihn gehört? Ja. Wir sind gleich da. Aber, oh Mann, Zahnseide und Pinzette. Ich weiß, Beeilung. Bis gleich. Hey, alle miteinander. Kenzie, Kenz. Ich bin enthart. Ist Jeremy da? Oh ja, ist er. Ja.